So Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech It. Ich bin wieder da. Ja genau, Philipp ist wieder da, aber jetzt mal interessante Dinge. Es ist Nacht, weil wir haben gerade noch etwas am Server probiert, wegen diesen Lags, die ich die letzten zwei Videos gehabt habe. Das lag auf jeden Fall nicht am PC, so viel, wie ich sage. Das ist nicht, es liegt irgendwie am Server, der hat immer so viele Chancs geabdated, jetzt sind 15, 16, 0, 8. Vorher waren es 80 und 100, da haben wir noch ein bisschen was ausprobiert. Und darum, also ihr habt nichts verpasst, das ist bloß. Überhaupt nichts. Ähm, jetzt muss ich erst mal schauen, was ich machen wollte, genau, ich wollte Wasser holen, jetzt wenn ich noch gesagt, Gras. Gras, Gras holen. Ja. Äh, okay, wo haben wir schon? Hast du Stoppu eingeschalten? Ja, ich bin Vollpro. Achso, ja gut. Ähm, dann... Junge, ich bin Vollpro. Ja, Wasser, einmal, mal, mal, Wasser, einmal. Ja, Piss. Toll, aber einmal haben wir wieder, aber was einmal haben wir nicht. Werder gleich mal zu unserer Quarry, Schaus ist noch schlecht, die Idee. Schlechte Idee. Wir haben nicht mal mehr in einem Eimer, das ist ein Leeren, einmal. Oder wir haben über sich den jetzt bloß. Den über sich das sicher bloß. Nein, hier ist es nicht. Ja, dann kommt zu mir, ich habe fünf oder sechs im Inventar, ich bin beim... Ich wirfte zwei hin. Du sammelst die, kann das sein? Nee, ich hab die... Du willst den Monopol aufbauen, jetzt haben wir's. Ja, 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 hey, du schaust doch auch zu viel andere. Viel anderes... Modifizierte Let's Place. Alter, kannst du bitte die Pipe stehen lassen? Ja, wenn du die, wenn du die Eimer da runterschmeißt... Jetzt bin sie wieder ich, ne? Jetzt stell mir vor, da gehen wir pennen. Ja. Ich hab das Bett übrigens umgestellt, weil mich das genervt hat, wenn das... Okay, dann nehme ich das Doppelbett, ich brauche eh immer mehr Platz. Pennen, ja. Bewechslungsgefahr mit Penner, ähm, egal. Ach Gott, hier kann man die Eimer ja noch gar nicht stacken. Nee, kann man hier noch nicht. Du bist des Todes. Ey, Junge, das war meins. Ich hab's getötet. Ja, und ich hab auf dich draufgeschlagen, weil es meins war. Echt? Ja. Hab ich... Hab ich damage bekommen? Habe ich ja nicht getroffen. Also ich hab nichts gehört. Also die Quarry hat sich auf jeden Fall ausgeschalten. Woran das liegt, ist ja wohl nicht allzu schwer zu erkennen. Ja. Ja. Hättest dich ja drum kümmern können. Ja. Ich hab wichtigere Aufnahmen. Der war's jetzt einfach nicht. So. Dann haben wir das hier unten. Also ich befülle jetzt gerade die Quarry wieder mit Lava. Jetzt habe ich aber hier oben kein Lava mehr. Sprich, ich kann wieder runterlatschen. Latschen. Latschen. Allgäuer Latschenkäfer, ne? Oh Gott. Oh Gott, ey, der war... Oh, ich schlechtes... Ähm... Jetzt lass mich mal nachdenken. Brauchst du deine Eimer? Äh, jetzt brauch ich sie eigentlich nicht mehr. Ja, baust du die Waters-Trainer jetzt da im Keller? Ja, ich baue jetzt erstmal ne Pumpe. Warte, also ich... Ich hab jetzt schon zu viel verraten, hast du schon mal gesagt, dass du die Waters-Trainer brauchst? Ich hab's bereits gesagt, ich hab's bereits gesagt. Achso, gut, nett, dass sich da irgendwas wegnet und sich... Und sich jetzt alle denken... Jetzt bin ich mal schnell, wenn man sich konzentrieren. Ja, Alter, wenn du nicht Multitasking fähig... Ich muss mich konzentrieren, rarieren. Alter, ich hab 200 FPS gerade. Du konzentrieren? Ja, ich hab doch gesagt, du sollst dein Minecraft richtig einstellen. Jetzt konfigurier mal nur dein PC, dann hast du 5.000. Warte, da muss das Ratzlinder, der Energy-Link und da muss... Und 35.000 im Startbildschirm. Da muss die Punkte hin. In dem Startbildschirm sind auch bloß 200. So, und jetzt... Äh, jetzt fährt... Ne, 250. Konstant 250. Ich hätte es nicht ausschalten sollen, die Animation vom Nether-Portal. Jetzt ist das Nether-Portal einfach nur blau. Ich muss es unbedingt wieder einschalten. Das schaut so kacke aus. Und jetzt das... Also, das sieht ein bisschen strange aus. Ja. Wie der D... Ja, ist egal. Oh, ich wollte gleich was zum Essen mitnehmen. Ach, egal. David. Ja. Weißt du, was du in der letzten... Was du gemacht hast, was schlimm ist? Du hast unseren letzten Diamanten verbraucht. Ach so, ich dachte, es ist irgendwas Schlimmes. Ja, du hast unseren letzten Dia verbraucht. Das können wir kein Philosopher's Stone nicht bauen. Und jetzt können wir uns keine Diamanten-Crawl. Okay, wir haben kein Gold. Du hast unser Gold-Anno verbraucht. Ne, ich habe noch 16 Gold in der... Ähm, in der... Obtasche. Ne, im Project Table sind noch sein. 16 Gold. Ja, in unserer Project Table hätte er Flacken Sachen rum. Ähm, warte zuerst. Euch zwei, wir brauchen nämlich viele... Golden Waterproof Pipes. Und jetzt, äh... 16, oh Gott, ich rieche ich nicht zusammen. Hast du Holz? Äh... Ja, drei... Dreimal... Äh, zweimal drei Planks. Das ist... Also nein. Ja, ich muss jetzt... Okay, da muss ich Holz hacken gehen, in der Klasse. Ja, du wolltest, wolltest du... Haben die komische Stämme jetzt eigentlich schon weg? Welche komischen Stämme? Die vor unserem Haus, wo keine Blätter mehr drauf waren. Ja, die habe ich alle weggetan, aber es sind halt... Es sind halt welche, welche... Die halt Blätter haben. Ja, okay. Warte, habe ich nicht einen Electric Tree Tap gemacht? Oder war das in meiner Privatwelt? Also in meiner Privatwelt habe ich auf jeden Fall eins gemacht. Ich werde jetzt auf jeden Fall dann noch einen dritten Motor bauen. Und den auch noch anschließen, weil... Dann ist die Quarry nämlich so schnell, dass sie so schnell ist wie möglich, ohne dass sie explodiert. Mit drei... Das hat jetzt zwar keiner verstanden, aber... Ja, ich meine, wenn ich da jetzt, ähm, vier Engines... Entschuldigung, ich musste gerade Skype auf Beschäftigt stellen, weil ich wieder Meldungen kriege, rechts oben. Ja, bei mir steht gerade so dort und rechts unten, David ist online, mit so einem Ding daneben, weißt du, so das rote Zeil, halt das Beschäftigtzeichen. Ja. Ich habe noch, äh, 47 von diesen, äh, wooden planks gefunden, also von diesen weißen. Ja, von den hässlichen habe ich auch nur drei. Eins, zwei, drei, vier, hier, hier, komm. Ey, da ist der, äh, da ist mein leerer Mining Drill, haaa. Und ich denke mir schon so die ganze Zeit, wo ist der hin? Wo hab ich den denn? Der war doch eben noch da. So, wie ging jetzt der Motor? Genau, Tree Tap, Tree Tap wollte ich machen. Ein schönes Stone hier. Ich wollte hier schauen, ob du unten noch da in Stone ist. Holben, Holben. Nee, Tree Tap habe ich anscheinend. War auch wieder Holz dafür, Alter, nee. So, ich muss jetzt erstmal einen Kolben machen, das ist ziemlich anspruchsvoll. Wie du es sicher weißt. Ja, das ist, also... Das Ding kommt jetzt weg. Ich weiß, da ist noch was, noch Honig, ne, nicht Honig, Sticky Resume dran, aber trotzdem nicht. Oh, jetzt hab ich keinen Redstone und ich bin nur dem Project Table. Ach, kacke. Ah, da ist nur welcher. Ja, so langsam gehen die Ressourcen zu neigen, ne? Ja, aber was ich ja voll interessant und cool finde, dass wir uns beide in so verschiedene Richtungen entwickeln, wenn du verstehst, was ich meine, ne? Wenn du weißt, was ich meine, ne? Machst du das elektrische Zeug und so. Naja, ich bin halt der Nerd, ne? Ja, das wollte ich jetzt nicht so direkt sagen, ne? Ja. Boom. Hat man das gehört? Ja. Alter. Ich hab Ihnen vorher gesagt, Sie sollen leise sein. Ja, scheiße, ey, hat man das Maul hier. Ja. Kann man Äpfel braten? Nee. Dann friß ich dir zu. Äpfel, äh, äh, prätzt du bei dir zu Hause, äpfel? Ja, es gibt Bratäpfel. Bratäpfel. Ich kenne Pferdeäpfel, aber keine Bratäpfel. Keine Bratäpfel. Nee. Nee, 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 nee. Wir, wir haben nicht, wir haben es nicht nötig, so was zu essen. Ha, ha, nein, du wirst echt, du kennst echt kein Bratäpfel. Oha. Ich, 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 ich kenne bloß, äh, diese Werbung, wenn es Bratmaxe gibt. Oh Gott, nee, das, ihr habt die Schleichwerbung gerade nicht gehört. Einigen wir uns darauf. Ich bin, wir, wir bekommen ja kein Geld dafür, ne? Alles Problem. Doch, ich hab gestern da so festen Strag abgeschlossen, dass es so wäre. Also, wenn wir Bratäpfel, grüllen. Äh, es ist nicht für das Bratmaxe gibt. Nein, wenn wir Bratmaxe grillen, fängt die Stimmung an, oder? Keine Ahnung. Frisch gegrillt, super, keine Ahnung. Das ist ja auswendig. Äh, haben wir jetzt noch Holz? Ich habe jetzt, ein Steck, fast. Wo bist du? Ja, beim Fällen. Das ist schlecht. Ich bräuchte es nämlich. Ah, ich nehme mal einfach was aus dem Project Table, gell? Ey, Alter, untersteh dich. Zu spät. Aber lass die Dinger drin, die Watermills. Jaha, ich habe bloß auf einer Seite Holz rausgetan. Ey, chill mal, ey. Guck mal die ganzen Crap hier. Eigentlich müsstest du ja das mit dem Holz hier machen, weil das ist ja voll uninteressant für die Zuschauer. Ja, meinst, äh, der Bau eines Steam Engines ist jetzt interessanter hier, oder was? Äh, ich müsste ich nicht bauen, ich müsste bloß auf die, auf die, äh, auf die Holz. Was? Oh. Ah ja, gut, ich bin doch im Utility Mode. Ich wollte gerade so sagen, nicht, dass irgendwie ich wieder aus Versehen, irgendwie, ne... Aus Versehen. Alter, sicher. Ich saubere. Ja, natürlich aus Versehen, ich meine, was will ich mit Swast X Pistons? Ja, ffff. Irgendwas verschieben. Ja, ha, 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 sicher. Verschiebene Items. Ballum, basch. Boah, ey. Ah, ich kann mich nicht zurückhalten. Der schlechteste Witz der Woche. Geht dann da mit Graber? Ja, das ist jetzt, bis jetzt zumindest, ne, ich meine, ich kann das ja noch toppen. Du bist nicht auf demselben Level wie ich Ja stimmt Das hat man erstmal ne Ja aber mit dem Wetter Mein Level ist viel höher als deins Mit dem Wetter Ich mein, allein schon mein Soundlevel ist viel höher als deins Deins ist grad voll abgebrochen Was? Ich? Echt? Ja ja, ich weiß nicht ob das in der Aufnahme auch ist Oder ob das bloß am Internet lag Keine Ahnung Eieieiei Ach kacke Jetzt habe ich kurz dann mehr, fucking mehr oder wie Ach komm, nimm mir die hier Da fuck ich nicht lange und Ne, da fuck ich nicht lange und nimm einfach die hier Der war auch schon wieder so cool Ja, andersrum Der Witz war für auch schon wieder grenzwertig, ne? Grenzlastig Was, hä? Hä? Was? Was? Warte mal kurz Water, Waterstrainer Uuuuuhh Ne, bitte Ach Gott, nee Generatoren macht man so zu Waterman's Waterstrainer Da brauche ich ja Tanks und Iron Waterproof Parts Ah, ich bin ja so ein Volldepp Ja, das hätte der Gleisung können Du hättest nicht extra was kraften müssen dazu Sicher Hättest du mir sofort sagen können Ja, dass du Volldepp bist Danke Also Leute, wir haben heute auch schon mal drüber geredet Äh, irgendwie, wir wollen ja so vielleicht, dass wir mal irgendwann ein zweites Haus bauen, ne? Ja, ja Alter, jetzt meldet sich Und Alvira Oh kacke, das kenn ich Und wenn wir mal Wisst ihr was wir machen, wenn wir Energieüberschuss haben, Leute? Haha Wir bauen uns zwei Blöcke hohen Zaun Und damit keine Monster nicht drüber kommen Oder damit die Monster drauf gehen Legen wir oben im Kreis Unisolated Copper Cable Ja Wenn es Brat, Maxi, gibt Haha Hahaha 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 Hau geil Hahaha 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 Ach wie geil Ach Oh Mann Was ist das? Oh Mann Wenn es Brat, Maxi, gibt Ja Oh, 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 oh Mann Puh Achtung vor, in so einem Haus ist es ein Loch, ne? Also so ein kleines, rechts Wenn du rechts von der Terrasse raus gehst Ich dachte, dass schon die Spinne ist im Haus Oh, ich die, ich dachte mir schon, da geht der Creeper vorbei Weißt, was war? Ich Ne, ein Schaf Da fuck? Ein Schaf Ein Schaf Ein Schaf Ja, ich hab bloß den Schatten vorbeigehen sehen Also Jetzt hab ich vergessen, ach ja, ich brauch Glas Und dann So, und dann macht man ein paar Tanks Ein paar Tanks, ne? Äh, Iron Waterproof Pipe Ich, ich bruch vier Iron, ne? Nein! Jetzt fehlt mir ein Glas Äh, Glas ist ne Kiste Ne, nur mal so, also, für den Fall Ach so, na, ich sehe es Ach ja, was ich mir noch machen wollte Das, äh, das mach ich mir jetzt gleich Bevor ich das so Es steht da schon wieder dieses Terrorscharfe Ich nenne es jetzt Terrorschar Äh Hä? Was hä? Ach, nein, ich Na, das ist schon Ne, Senf Ich sollte mir ja was anderes machen So, das hier Also, ich brauche ein Ja, Gott, jetzt hab ich noch drei Copperkabel, also Drei, vier Jetzt geht's genau auf Ne, eins bleibt übrig Ist wurscht Äh Platz kommt bis die Gras über, ne? Ja, ja Wo baust du denn die Waterstrainer jetzt eigentlich? Im Keller Hast du noch Redstone? Ne, da hinten dürft du Redstone drin sein Ja, warte, hier jetzt hier Ich hab dich gleich mal hingeschmissen Okay Es ist fast noch ein Stack Ja, andersrum So, ein Electric Circle Äh, Refined Iron Haben wir da noch Alter, warum ist eigentlich bei uns den ganzen Tag dunkel? Kann man das irgendwer erzählen? Den ganzen Tag dunkel, ja Komm, lass pennen gehen hier Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen, genau Alter, diese Spinne, ey Dieses Kackviech Aber sowas von Mach's fertig So Das macht jetzt 6 Euro für diesen epischen Kampf Also, dass du zuschauen durftest Oh, ei, ei, ei Wär fast runtergefallen Ne, ne, das täuscht Das Glas ist verspiegelt Ich seh'n nicht raus Ach so, ja Hallo Hast du dich gerade ins Bett neben mir aufstehen? Vergiss es Ey, ist die Folge nicht irgendwie schon mal irgendwann um? Ne Nicht? Scheiß Zeitgefühl Habe ich Wenn du meinst Also Leute, das war's Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Keine Ahnung wie viel Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Dann gebt uns auch einen Daumen nach oben Und wenn ihr das Projekt weiterverfolgen wollt Dann vielleicht auch einen Like Dann verfolgt es weiter Äh, ein Abo natürlich Dann verfolgt es weiter Wenn nicht, dann teilt es an all eure Feinde Der war geklaut Ähm, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Beim Tech Hit Let's Play Bis dahin, haut rein Ciao Tschüss 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 Tschüss